Das heutige Video ist in der Tat einzigartig, denn es gibt kein Skript. Nein, doch. Aber es ist ein Herzensthema für mich. Ich habe heute weder ein Projekt oder News oder irgendeinen Scam für dich. Ich habe heute das Thema Investieren. Klar soweit. Das wissen die meisten Menschen gar nicht, wie das so richtig geht. Was eigentlich der Unterschied ist zwischen einer Spekulation und einer Investition. Denn die finanzielle Bildung in Deutschland, in wahrscheinlich komplett Europa, die fehlt halt mal. Grüße gehen an der Stelle raus an die Bundesregierung. Macht ja echt einen richtig, richtig tollen Job, dass ich das jetzt erzählen muss. Aber gut, mache ich gerne. Und ich kann dir nur den Tipp geben, bleib auch bis zum Ende vom Video dabei. Denn ich zeige dir den Weg, wie du innerhalb von Sekunden unsterblich reich werden kannst. Garantiert. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Auf unserem Kanal, da findest du spannende neue Projekte. Du findest News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da. Und jetzt starten wir doch direkt rein. Was ist der Unterschied zwischen Spekulation und Investition? Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst und woher soll man es auch wissen? Wenn du spekulierst, dann loggst du erstmal dein Geld und erst wenn du das Objekt oder was auch immer wieder veräußerst, bekommst du Cashflow zurück. Zum Beispiel Bitcoin. Du kaufst dir Bitcoin, egal jetzt mal wie viel und dann hast du erstmal gelocktes Kapital. Wenn du verkaufst, egal ob jetzt mit Plus oder Minus, dann hast du wieder Cashflow. Das birgt aber so den ein oder anderen Nachteil. Denn beispielshalber Mining. Du kaufst dir einen Miner und hast sofort kontinuierlich Erträge. Oder zum Beispiel Staking. Du legst Liquidität in einen Staking Pool und der produziert dir konstant, täglich, sekündlich, was auch immer, Erträge. Jetzt mögelst du dir vielleicht an der Stelle mal fernab des Cryptospaces eine große Frage stellen. Ja, die Bank, die erzählt mir doch immer, ein Haus ist die beste Investition. Die würden ja dann quasi lügen. Nö, tun sie nicht. Sie sagen ja nicht für wen. Weil für die Bank ist das in der Tat eine super Investition. Nur für den, der es kauft, ist es eine blanke Spekulation. Gerade in der heutigen Zeit, was jetzt die Immobilienpreise betrifft. Du kaufst eine Immobilie und du hast erstmal nur gelocktes Kapital. Du hast Kosten durchs Haus, wo irgendwelche Reparaturen, was auch immer, entstehen. Und erst, wenn du das Haus irgendwann veräußern würdest, dann hast du wieder einen Cashflow. Das ist vielen nicht bewusst. Deswegen, mein Tipp, ganz klar an der Stelle, wohne immer zur Miete und kaufe nur Objekte, die du weiter vermietest. Allerdings da auch großes Fragezeichen, ob das zumindest jetzt auf dem deutschen Ländchen gerade so Sinn macht. Weil da könnte vielleicht auch die ein oder andere Immobilienblase platzen. Das wissen in der Tat echt nicht viele. Es geht dann aber auch weiter, was kaufe ich mir überhaupt? Und was sollte ich mir kaufen? Also viele, die verfallen ja drauf, dass gerade steigend zum Einkommen auch die Ausgaben steigen. Das heißt, unterm Strich, da bleibt nicht mehr viel hintendran übrig. Und es ist weg. Muss es jetzt unbedingt die Gucci-Handtasche sein? Oder von Louis Vuitton irgendwas? Oder das dicke neue Auto? Porsche Cayman S, Jungs. Alles cool. Aber vielleicht eher alles zu seiner Zeit. Und vielleicht sollte man sich dazwischen eher überlegen, zu investieren. Sich Gedanken darum zu machen. Und da kommen wir gleich wieder zu einem weiteren Punkt, was ich leider sehr, sehr schade finde. Es hat sich in Krypto gerade so eingebürgert, heute investieren, morgen Millionär. Natürlich gibt es diese Beispiele. Allerdings, wie viele haben es wirklich erlebt? Und jetzt möchte ich dir vielleicht einen Zahn ziehen, weil gerade auch bei Bitcoin hat man ja gesagt, wie die frühzeitig investiert haben. Wie viele von diesen depperten, sorry, Network-Marketing-Systemen, die wirklich teilweise blanker Schrott sind, hocken sich ins Webinar rein und erzählen dir, ja, wenn du früher in Bitcoin investiert hättest, Leute, dann hättest du schon längst verkauft. Und garantiert, wenn du Bitcoin bei ein paar Cent gekauft hättest, überleg doch mal, wenn du heute in einen Coin oder Token mit ein paar Cent investierst, hättest du gehalten? Also ich glaube es persönlich nicht. Zumindest nicht extrem lang. Oder vielleicht bis 70.000. Jetzt kommt aber das nächste Spannende, weil man ja immer sagt, mit kleinen Geld, da geht ja voll das Volumen und innerhalb von kürzester Zeit. Ich habe mal den Bericht gelesen. Hättest du 2011 10 Euro in Bitcoin investiert, hätte es sagenumwogene 10 Jahre gedauert. 10 Jahre. Bis 21, bis zum Peak wohlgemerkt. Also das hättest du auch noch treffen müssen, dass du einfach mal 1,5 Millionen Euro da rausholst. Das kann man jetzt kurz oder lang sehen. Aber 10 Jahre lang halten, also in den meisten Fällen ist es nur gut gegangen, wenn man dazwischen mal vergessen hat, dass man überhaupt Bitcoin hat. Und da habe ich gleich den nächsten Tipp für dich. Kaufe niemals auf einmal und setze auf eine Position. Gerade wenn du dir so zum aktuellen Zeitpunkt die Marktbewegungen anschaust. Kürzlich, pump beim Bitcoin. Bam, mega. Im besten Fall FOMO verfallen und rein. Ich habe damals eine Story aufgenommen, habe gesagt, HALF STOPP! Die Korrektur kommt und die Korrektur kam. Also wenn man sich danach zum Beispiel bei Bitcoin oder Ethereum den Chart angeschaut hat, der ging hoch, der ging seitwärts, der ging wieder runter. Herzlichen Glückwunsch für die, die oben eingekauft haben. Es macht viel mehr Sinn, wenn du zum Beispiel sagst, egal auf welches Volumen, zum Beispiel du hast 500 Dollar, die du investieren möchtest, dass du 5 mal 100 Dollar investierst, weil dann hast du einen Durchschnittseinkaufspreis. Ja, natürlich kann es sein, dass du die ersten 100 zum besten Preis setzt. Aber weißt du es? Nope, weißt du nicht. Es kann auch sein, dass du hoch als erstes eingekauft hast und der Kurs weiter runter geht und du danach kaufst. Übrigens andere Taktik an der Stelle könnte auch Sinn machen, dass du zum Beispiel dir erstmal anschaust, wo möchtest du rein investieren. Also bitte Research betreiben und als nächstes dann sagst, okay, wenn jetzt dieser Coin oder Token mal so 5 bis 6 Prozent fällt, dann kaufe ich ein. Das kann auch eine ziemlich schlaue Taktik sein. Mache ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Beim Exit ist es genau das Gleiche. Ja, du mögest jetzt sagen, Emotionen, die habe ich nicht. Ich bin da, stahlhart. Und dann werde ich verkaufen, wenn, oh, der geht so hoch, der könnte doch höher, der könnte noch, da geht noch was. Hm, bis der Pi kommt. Und deswegen an der Stelle, kleiner Tipp, leg dir aus eigener Erfahrung eine Exit-Strategie fest. Kann dir selber sagen, ich habe auch schon mal bei so einem schönen Token 200k Dollar gesehen und dachte mir, ah, da geht noch was, da geht noch was. Sekunden später waren es irgendwas um die 40 bis 50k. Das ist ärgerlich und das tut richtig weh. Und das geht in Sekunden, glaube es mir. Daher, auch ich habe immer gesagt, ich gehe da ohne Emotionen, never, ever, niemals. Bullshit macht jeder. Leg dir eine Strategie fest, sei es jetzt oben oder auch im Minus, weil auch im Minus macht es manchmal Sinn, eine Reißleine zu ziehen und nicht immer durchzuschleppen und zu sagen, ja, da geht noch was, ja, da wird sich wieder erholen. Setz dir unten eine Grenze, auch wenn es weh tut, aber es tut noch mehr weh, wenn du komplett mit Totalverlust rausgehst und genauso oben und da kannst du ja auch wieder gestückelt verkaufen. Also, dass du als Beispiel sagst, als erstes verkaufe ich 50%, dann nochmal von den 50%, 20% und dann die restlichen 30% oder irgendwie sowas. Aber wie erkennt man jetzt eigentlich gute Projekte? Die Frage bekomme ich auch immer wieder gestellt. Naja, also wenn man sich jetzt mal so den deutschen Markt anschaut, alles was Metaverse, Play to Earn betrifft, gerade schwierig. Beim Thema Metaverse sage ich ganz offen, ich bin mir zu 300% sicher, das wird der nächste Next Level Shit. Aber nicht jetzt. Also da sprechen wir vielleicht in 10, 15 Jahren drüber. Interessant wird es aber zum Beispiel beim Thema Tokenisierung, weil Menschen erhalten einen Zugang zu Asset-Klassen, wo sie sonst nicht reinkommen. Beispiel Evercraft. Du kannst Anteile an einem Unternehmen erwerben, das in nachhaltige Technologien investiert. Also falls du es noch nicht gesehen hast, klick dich mal hier rein. Auch das Interview mit dem Team, ziemlich cool. Klicke mal hier und Update-Video gab es auch noch dazu. Klicke mal hier. Das hat Wachstumspotenzial. Longterm. Das ist nix, wo mal schnell Zehntausende von X durch die Decke schießen. Was macht sonst noch so Sinn? Es sind jetzt eher die funktionalen Projekte. Zum Beispiel Blockchains könnten da auch spannend sein. Das Web3 hat gerade noch ein riesen Problem und das ist die Massenadaption. Und da gibt es so ein paar Problematiken. Wir haben zum Beispiel eine Blockchain vorgestellt, die von sich sagt, das Ding, das lösen wir. Jo, Xandeum, klick dich mal hier rein. Auch das Interview mit Bernie Blume, der genau erklärt, warum das Web3 noch nicht in der Masse angekommen ist. Klick dich mal hier rein. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du wahrscheinlich schon die ganze Zeit drauf geierst und sagst, Alter, der Daniel, der soll mir jetzt erzählen, wie ich unsterblich reich werde, innerhalb von Sekunden. Ja, das ist relativ simpel. Du machst eigentlich nichts anderes, als dir einen Meme-Coin rauspicken, gibt dir nur ein paar tausend, und dann wartest du, bis der halt mal steil phänomenal tausende von Xen liegt. Und an der Stelle Feuerwerk, herzlichen Glückwunsch und ich drück dir ganz fest in die Daumen. Ich hab's aber noch nicht geschafft. Und es gibt genug Menschen da außen, denen geht's genauso wie mir. Oder vielleicht noch schlimmer, die investieren immer wieder in diese Meme-Coins und ich sag auch immer liebevoll an der Stelle, ich geh lieber ins Casino, weil das ist nichts anderes, das ist ein Pokerspiel, das irgendwo ein Hype ausgelöst wird. Und in der Regel, da da auch viele Bots immer mitspielen, kaufst du meistens eh schon höher ein, weil so schnell kannst du gar nicht drücken. Und die Bots, die verkaufen dann halt auf Kosten von dir. Weil du darfst ja an der Stelle nie vergessen, du wirst nie dein Geld verlieren, es gehört nur jemandem anders. Und daher, offen und ehrlicher Tipp, meines Erachtens gibt's dieses Potenzial Ja von dem Lucky Shot, ich kenne auch Menschen, die es geschafft haben, in der Tat, das ist einer von Tausenden wahrscheinlich, von Millionen. Fokussier dich lieber auf einen Investmentplan, auf ein seriöses Investment, auf ein Long-Term-Investment und du wirst glücklicher sein. An der Stelle, schreib doch mal gerne in die Kommentare, waren die Tipps hilfreich? Wie fandest du das Format jetzt mal komplett ungeskriptet? Und hast du vielleicht auch noch weitere Tipps für die Community? Also auch wenn da die Kommunikation weitergehen soll, schau mal in die Description, Link zu unserer Telegram-Gruppe und dann kannst du da auch gerne beitreten, auch eben so deine Meinung kundtun und falls du natürlich Bock hast, dass wir mehr Videos auch in so einem Format machen, dann gib einfach mal Bescheid. Sonst, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin alles Gute, Ciao!